Ich soll ganz leise sein, weil das hier ein Munsternest ist. Ihr könnt mich mal! Ein Munsternest? Ich denke, wir haben alle. Erstmal ist hier... ...Zeug. Dann... Ach, dann. Guckt euch das mal an. Das ist ja interessant. Wir gucken gleich mal. Erstmal gehen wir hier hin. Wer bist du denn? Ja, das ist das Übliche. Was die denn so von sich geben. Das müsste jetzt die letzte sein, ne? Selten. Nebenquest abgeschlossen. Ein Munsternest. Ich bin nicht leise. Nein! Oh! Der hat geschlafen? Aha. Sind wir drüber gestolpert? Monsterschlüssel 3E. Wir gucken natürlich hier jetzt erst nochmal in Ruhe, ne? So. Wir haben Pflanzstellen hier. Ach, hier. Guck mal, wie das ist. Wie so ein Eichhörnchen. Wir müssen natürlich da runter. Aber das Geruckel ist jetzt weg, ne? Erstmal. Da ist meine Ente. Partnerlook. Da hilft nur ein Versuch. Alte Weltlager 3E. Das lohnt sich aber, ne? Bereich abgeschlossen. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das war ja gut. Da haben wir ja richtig was fertig gekriegt. So, Ausrüstung. Beine. Ausrüstung. Beine. Hitze beständigt. Wo ist denn? Beinprothesen. Die rüste ich jetzt mal aus. Und dann gehen wir mal in den Charakter rein. Mutation. Widerstand verbessern. Da fehlt mir noch ein bisschen was. Da fehlt mir noch ein bisschen was. Guck mal, dann habe ich das jetzt hier wieder ausgeglichen, ne? Biogenetik. Gemeine Galle. Schildkröten gestalt. Ja, ich weiß noch nicht, wozu ich das brauche. Machen wir noch mal irgendwann. So. Was haben wir denn noch als Aufgabe hier? Da hinten sind noch ein paar Aufgaben. Was ist das denn? Untersuche das Signal. Wegpunkt platzieren. Aha. Und was ist das? Hä? Finde den Funkenbrutzler. Und was ist das? Muschelhornfreund. Das sind ja noch alte Dinge. Ich meine, ich bin jetzt hier. Ich könnte natürlich. Das wird immer noch nicht gehen. Alte Weltlager gefunden. Ach, ein Flauschkohle aus Nest. Alles klar. Kann ich da hinreisen? Ja, dann können wir doch erstmal hier hinreisen. Da gucken wir gleich mal. Ein Flauschkohle aus Nest. Dann kann ich mir mal anschauen, ob ich schönere Anbauteile für meine Waffen gefunden habe. Für alle. Und für meine, für meine Klamotten und, und, und so. Oh, es ruckelt wieder. Ja, ja. Guck, und hier kriege ich kein Y. Ich kann hier nicht mit ihr handeln. Es geht nicht. Ja, jetzt. Sie hat auch solche Sachen. Aha, aha. Antimateria. Ich weiß nicht warum. Ich kaufe mal eben was, so. Wir können auch was verkaufen. So, das können wir verkaufen. Das war's dann schon. Ich sollte es eigentlich kaputt machen, ne? Und das war's. Gut, dann haben wir das hier jetzt endlich auch. Siehste? Und nur weil hier vorne geht das nicht. Hier, hier kriegt man keine. Wo bleibt mein Update? Ja, da bin ich aber weit aus dem Verkehr hier. Ich hätte mal die Quest annehmen sollen. So. Da müssen wir hin. Darunter. Jetzt habe ich mir aber eine Dröhnung geholt. Hier, guckt mal. Es dauert jetzt ein bisschen. Da ist es doch. Du bist eine hübsches. Ein hübsches Tier. Ja, hier kann ich mich erinnern. Hier bin ich verfroren. Ach, ich habe ja... Ich habe jetzt... Eigentlich dürfte mir nichts passieren, ne? Wo nur lang. Oh, Scheiße. Die wachsen aber mit, ne? Das Nachladen geht aber schneller. Ach, da stand er weh. Ich habe das gar nicht gelesen. Okay. Da muss ich wohl noch raufdrücken. Wir müssen hier erst das Vieh besiegen. Wo ist denn das? Das Lager habe ich gefunden, aber... Wo ist das Vieh? Wo ist das Flauschmonster? Äh. Äh, den. Oh, Nahkampf ist keine gute Idee bei den beiden. Cool. Jetzt ruckelt es hier aber auch. Aber wo ist das Flauschmonster? Das ist doch nicht da drinne. Das ist das alte Weltlager. Aber ich brauche doch den Schlüssel. Da komme ich nicht rein. Hier, guck. Da stand er... Ne, das ist ein Stein, ne? Du liegst nicht da oben drauf, ne? Das war ja denn ein Satz mit X. Das war wohl nix. Halt. Was ist da? Krimskrams Herstellungslager. Aha. Hat denn Mock was Neues? Ne, ne? Mock hat nix. Wo ist der denn? Hier ist doch kein Monster. Ist die Partikel hier, oder? Ah, halt. Die wollte ich. Geht schneller. Hier waren wir überall. So, wartet mal. Schusswaffen. Ich habe ja auch noch andere. Die macht aber mehr Schaden, ne? Das ist eine Schrotflinte. Hier ist kein Flauschmonster. Hier ist nur das Lager. Das andere war doch aber auch in der Nähe. Das ist jetzt das, was ich nicht so ganz verstehe. Das bringt ja gar nix. Wartet mal. Wartet mal. Das geht aber schneller. Da macht das einfach die Menge der Munition, die das Ding raushaut, ne? Hier ist kein Flauschmonster. Ah, wieder so eine sinnlose Sache. Das andere war ja nur auch einfach so da. Ach, da kommt wieder so eine. Die sind ja endlos. Ich sehe da was anderes. Ich weiß nicht, ob ich da schon war. Ich glaube mal nicht. Da guckt mal. Ein Ziehpunkt. Ah, wunderschön. Also, eine Nullnummer. Weil das Vieh dazu ja nicht da ist. Hier ist zwar das Lager, aber kein Tier. Signalschüssel 6E. Das haben wir, glaube ich, schon erledigt. Ich weiß das nicht mehr so genau. Hier komme ich nicht rein. Da an dem Gebäude. Da sind irgendwelche verbarrikadierten Türen. So, dann reiße ich da jetzt mal hin. Dann gucken wir mal da unten, damit wir das Gebiet dann auch mal bereinigt kriegen. Ja, ich wäre im Nehmen viel auf davon. Ich weiß. Ich weiß. Und ich habe noch gar nichts geschafft. Schon in Ordnung, das Spiel. Hi. Von dem haben wir das Nudelholz. Das, was wir jetzt hier gerade verwenden. Oh, das bringt ja gar nichts. Können wir hier hochschweben? Ja. Ich hätte mir das mal markieren sollen, wo ich hin will, ne? Erstmal will ich da hin. Ach, scheiße. Die sind die. Aha. Oh, der ist ja da. Entschuldigung für den Auswurf. Hier waren wir doch, ne? Hier haben wir alles geklärt, glaube ich. Ne? Denn hier war das Klingelding das erste, ne? Das ist fertig. Okay. Dann mal hier durch. Bambus. Alle Biome durcheinander gemixt hier. Das haben wir auch gemacht. Aha. Hier geht es runter zum Wasser irgendwo. Oh, 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 oh. Ups, 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 ups. Ups. Und hops. Ach, du kleine Hopser. Die sind da ganz friedlich am Arbeiten. Äh. Äh. Och, das ist doch immer so blöd. Guck mal, da war ich auch noch nicht. Machen wir erstmal hier hin. Guck mal, dann haben wir hier auch eine Schnellreise. Guck mal da oben in Osk Mosk. Da gibt es eine Verbesserungswerkbank. Mal schauen. Mal sehen. Dafür reicht es. Weg ist es. Hier können wir kaufen. Krakjus, ja. Oi, 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 oi. Mhm. Die roten Sachen gucken wir uns mal an. Das ist ein Griff. Den kauf ich mal. Und was ist das? Den haben wir doch. So ein Griff. Beschlossene Sache. Ja. Ich werde jetzt nochmal gucken, ob ich in meinem Inventar... Nein. Na gut. Der kann weg. Hier ist ein grüner. Ich hab nen Ding. Ich brauch die Teile. Halt, 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 halt. So. Ach nee, herrscht der. Wir gucken... Wir gucken gleich mal. So. Rechte Hand. Fernkampf. Der... Der Zap. Der Zap. Der Zap. Einen anderen Griff. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Die nehmen wir schon mal. Das ist der, den wir geholt haben uns, ne? Da. Da wird's wohl nix... Oh. Nee, nicht wirklich. Nee, nee. 321. Bleibt. 323. Da geht die Reichweite aber runter. Aha. Schusswaffe und Reichweite. Also Durchdringung und Reichweite wird besser. Das ist so... Auch so einer. Da kann ich den aber auch behalten. So. Der Zap. Das Ding hier, ne? Ich weiß, es ist eine Schrotflinte. Aber mehr Schaden schadet nicht. Glaub ich. Die Durchdringung geht etwas runter. 870. Magazin. Es geht nicht besser. So, die haben wir. Die höllisch. Die benutze ich gar nicht. Ja, hier. Mal hier gucken. Haben wir noch was über? Nein. 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 Ja. Das ist ja lächerlich. In der Gesamtheit ist es so dann besser, ne? Das ist meine Funken-Schrotwaffe. Das war es wohl, ne? Hier geht nicht besser. Der Basistyp. Hier oben nochmal gucken. 741. Die geht die Reichweite kurz runter. Ja, okay. Da kann ich mit leben. Da kann ich mit leben. Damit nicht. Ja, und so kann man Stunden zubringen. Stunden. Ich muss noch in die Waffenverpöpungsverzweckbank. Denn die ist stark. Da könnte ich noch Material verbessern. Aber guck mal, was ich da brauche. Oh Gott. Ich hab nix. Ich hab gar nichts. Mir fehlt hier alles. So geht's auch. So. Hab ich schon gepinkelt? Mal sehen. Ja, hab ich schon. Gut. Dann haben wir das ja hier auch. Das ist doch gut. Dann paulen die drüber. Das sieht auch aus wie ein Bunker, ne? Mitten im Wasser. Oh, da werde ich schon erwartet. Weg mit dir. Bumbunker 2E. Immer noch so sicher wie am ersten Tag. Bumbunker 2E. Bumbunker 2E. Hübsch. Mungul-Rebell. Ah, hier gibt's ne, 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 ne. Dings-Ausrüstung. Muss bloß aufpassen, dass ich die nicht verkaufe. Fahre es nicht. Huch. Jetzt ist der Bereich schon abgeschlossen. Das war alles. Oh, für enttäuschend. Ach, hier ist ja noch ein Schrank. Oh, gut. Wir haben andere Köpfe gekriegt. Ich sollte vielleicht mal schauen. Ausrüstung. Dieser Kopf hat 37. Ich sind Anbauteile dran, ich weiß. Guck mal, das ist ne Rüstung. Die hat nur neun. Der hat auch 37. Das ist der, der ja da. Der nimmt mich ja gar keiner. Nimmt mich so schon nicht. Keiner mehr für voll. Aber damit erst recht nicht, würde ich mal behaupten. Drei. 24. Das ist schon nicht so wenig. Oh Gott. Oh, was habe ich gemacht? Hier habe ich aber auch ganz schön viel Zeug wieder gehortet. Das ist gut. Da habe ich gar nie nachgeguckt. Das ist die andere Ausrüstung. Ich glaube, ich habe schon so ziemlich das Brauchbarste, ne? Hier ist die Energie-Regeneration sehr gut, wenn ich das Ding nehme. Ich weiß nicht, ob man das noch verbessern kann. Warum behalte ich das eigentlich hier? Das hat nicht mal... Das hat unter 10. Hier, das kann man behalten. Warum auch immer. Hier ist alles kaputt, was unter 10 hat. Das ist meine Ente. Die habe ich ausgewählt. Das ist doch einfach nur blöd. 23. Nuglo. Ach, das ist hier... Das ist Nuglo. Ist das Nuglo? Haben wir das nicht vorhin gerade gekriegt? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt tue. Keine Ahnung. Ich gucke jetzt nur mal... Ich habe so viel Zeug. Ich mache jetzt mal alles kaputt, was ich jetzt finde. Den hatte ich die ganze Zeit, ne? Guckt mal an. Da... Da kann man aber auch nichts anbauen, ne? Man kann die auch nicht immer alle unbedingt verbessern. Ach so. Hier, da geht es schon los, ne? So. Mein Kopf bleibt. Aber wir haben wieder ein bisschen Material. So. Das haben wir erledigt. Jetzt haben wir hier noch wen. Dann bin ich ja mal gespannt. Da werde ich wohl nicht so ohne weiteres hinkönnen. Na mal gucken. Habe ich jetzt nicht verstanden, aber was sonst. Anforderungen Motor, Stufe 1. Ja, wo kriege ich die her? Kisten, ja. Wenn ich die nicht habe. In diesem Bau lauern gefährliche Viecher. Aha. Hi. Erstmal ist hier... ... eine Muschel. Viecher, wo seid ihr? Hallo, Viecher? 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 Ich finde hier keine Viecher. Was erzählt der denn hier? In diesem Bau lauern gefährliche Viecher. Ist da oben Vieh? Da ist so ein Ding. Da brauche ich wieder einen Schlüssel, den ich nicht habe. Wo ist denn das Vieh dazu? Hm. Da hinten komme ich auch nicht hin. Hm. Ich suche ein gefährliches Vieh. Also kommen wir hier auch noch nicht hin. Gut. Ist da oben irgendwas? Ich gehe jetzt da nochmal gucken. Aber was soll denn dieser Kommentar, wenn hier nichts ist? Den klemmt ihn euch. Ich suche das gefährliche Vieh. Ist ja nicht mal eine Höhle. Guck mal. Soll hier bestimmt nicht sein. Hier ist kein Vieh. Hier ist gar nichts. Hier hätte das Vieh sein müssen. Würde ich sagen. Und wo ist es? Was ist das da? Da ist eine Kiste. Da ist eine Kiste. Was ist das? Talk-Hack? Schlepp-Hack. Schlepp-Hack. Eine Glührille und eine Ältestenhose. Cool. Eine Hose vom alten Mann. Also von mir. Wer steht denn auf sowas? Ist das da die Muschel? Da hätte das Tier sein müssen. Ist nicht da. Warum? Wir haben doch hier Sachen gekriegt. Warum? Wo muss ich jetzt schreit? Ich weiß jetzt nicht, was ich hier noch machen soll. Ich haue auch gleich ab hier aus der Gegend. Macht ja gar keinen Sinn. Wenn man nirgendwo hin kann, dann ist es so. Ich habe mich verdrückt. Ach cool. Also zu diesem Funkenbrutzler kommen wir nicht, weil da gibt es keinen Weg hin. Da muss ich erst diese Motorenstufe haben und da komme ich auch nicht hin. Und da weiß ich nicht im Moment, wo ich die herkriege. Ich glaube, ich muss an Land gehen, damit ich schnell Reise machen kann. Oh, und ich habe überzogen. Wir machen nächste Folge weiter. Tschüss. Also, wir machen uns. Ich bin jetzt. Aber wir machen vielleicht wieder. Ich bin jetzt.